Heute in gutartig oder bösartig, dieser Knoten an der Nase. Er ist schnell entstanden und er hat seit vielen Wochen eine Wunde. Das sind zwei Merkmale für Bösartigkeit. Unter dem Dermatroskop sieht man dann diese geschlängelten Gefäße und auch die Hornbildung in der Mitte, die Wunde. Die Diagnose lautet Plattenepithelkarzinom der Haut. Es ist eine Operation erforderlich.